Musik Herr Cartuso, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. 2 zu 1, die Tore in der zweiten Hälfte gefallen. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Mannschaft? Ja! Sehr zufrieden, sehr zufrieden, sehr glücklich. Die Jungs haben dieses Ziel verdient, glaube ich. Da sind wir in ein schwieriges Spiel wieder zurückgekommen und am Ende, das war ein bisschen dramatisch, ich denke, wir haben verdient, weil wir in der zweiten Halbzeit, schon die erste Halbzeit war, ich glaube, die engagierte Mannschaft, die bessere Mannschaft. Und dann gehen wir in die Kabine mit 1 zu 0 zurück, wo ich glaube, nicht verdienbar. Das war in der Szene, wo man, ja, Braumann ist kommentiert, aber das gehört zum Fußball. Da haben wir einfach nur an der Halbzeit gesagt, wir müssen einfach nicht hergaben wegen dieser Reaktion, wir müssen einfach weiter Fußball spielen. Und das haben wir getan. Und das war am Ende ein bisschen dramatisch, weil der 2-1 ein bisschen später gefallen hat. Aber so ist Fußball und so macht diese Mannschaft noch ein bisschen mutiger für die nächsten Spiele, die schwer sind. Aber diese drei Punkte hat uns nochmal wieder in Geschäft gebracht und wir wollen bis Ende weiter kämpfen. Da wünschen wir Ihnen viel Glück bei der Mission Abstiegskampf und vielen Dank. Vielen Dank, alles klar. Tschüss.